So, wir sind angekommen bei einer schönen Sidequest die alten Tradition bewahrten. Ihr sollt eigentlich mit jemandem reden oder zeigt der uralten Statue, dass sie die Tradition bewahrt. Da sind wir wieder mal so toll bei unserem Emote Rad. Und wir zeigen euch jetzt mal die Lösung. So, da habt ihr die Kiste bekommen. Einfach das Emote Ja benutzen und ihr habt die Quest fertig. Eure Belohnung und weiter geht's zum nächsten Step. Ich hoffe ich konnte euch helfen. Euer Blaze. Bis dann. Ciao.